Nein, Andreas Vogelsommer! 81. Gieselmann, Vogelsommer! Jawoll! Geht doch! Standard, Vogelsommer! Behrens, Behrens kommt in die Abschlussposition. Abgelegt! Und da ist es! Ja, da geht es auch einfach! Und dann ist es da, 1-0 Union Berlin, 1-0 Andreas Vogelsommer! Und Vogelsommer, ausgeruht, Vogelsommer, der macht es! Vogelsommer, Ausgleich! Was für ein Hammer! Da ist er am Ball, Andreas Vogelsommer an die Grundlinie. Siebatsche! Siebatsche! Was ein Tor! Perfekte Antwort! 1. FC Union Berlin, 1-1! 1-1! 5-1! 3-2! 2-1! 3-2! 3-2! gewesen. Liebe Unioner, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Ich hatte ein Jahr, da waren Momente dabei, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Vielen Dank für eure Unterstützung, für das wahnsinnige Jahr, wo wir, glaube ich, was erreicht haben, was auch unvergesslich ist. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, unterstützt weiter die Mannschaft so und ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Euer Fugi.